Hans und Gruß, denn so grüß man gut, Freunde, und damit begrüße ich euch ganz herzlich zur Vorstellung einer Alliteration in unter einer Minute. Alliteration kommt aus der lateinischen Ad litera und heißt so viel wie im Deutschen zum Buchstaben. Und in der Alliteration werden die ersten Buchstaben, ja, die gleichen sich. Ziel der Alliteration ist es, die Begriffe zu betonen und einzuprägen. Es soll ein Zusammenhang zwischen ihnen geschaffen werden und eine Art Struktur hergestellt werden. Beispiele dafür, Veni wie die Wiki, Milch macht müde, wenn er runter und auch Geiz ist geil. Das war's auch schon, die nächsten Stilmittel kommen bald und ich hoffe euch hat's gefallen. Bis dahin die Linke zum Gruß, haut's rein, Freunde.